Maniküre Welche Abkürzung? Zuerst einmal Sachen einsammeln Wollen wir da über die Abkürzung überhaupt nachdenken? So Wow Das war knapp So So Deckungskampf ist da, ist es um und auf Frag ist raus Feuer! Oh ja, durchgeladen und ab dafür Abkürzung Abkürzung Das reicht nicht um ihn zu stoppen Abkürzung Haka Abkürzung Wohlhalten Los! Gehen wir in den Laden bevor noch mehr Leuchtviecher auftauchen! Wir müssen wieder ausspinnen und alles. Munition soll immer nicht liegen lassen. Über Prack-Kramatten. Jawoll, her damit! Oh ja, es macht noch mehr Zeit. Hast du dich hier tot gefühlt, aber niemand hat's dir gesagt? Okay, sehen wir uns mal die Angebote der Woche an. Jawoll. Na schön, wo ist der Kaffee? Wo ist der Speck? Nichts von beiden wird hier bekommen. So. Nun muss ich auffrischen. So, fahren wir uns einen Weg nach hinten. Sucht nach allem Nützlichen! Geh her schon wieder. Ausgegeben. Okay, Bert, jetzt haben wir Polypen. Zufrieden? Ja, wie geil! Ne? Ich muss noch ein bisschen umschauen. Aber jetzt ist die Gefluss hier nicht. Was sind die Textdinger? Was war denn das Fending? So, schön an bisschen So, aus was Sollen sie den Vergleich ergeben da Oder sich selbst abknallen Kacke Sollen sie den Ich kann den Typ nicht leben Oh, ein Bummshot Das wäre ein moderner Raketenwürfler Da sind wir die Waffen Aber ein Stück besser So Es hat leider noch eine sehr begrenzte Schussmöglichkeit Und zwei Schüssen, glaube ich Der Coltrain läuft mit Vollwurzen Oh ja, Baby Der Coltrain läuft mit Vollwurzen Oh ja, Baby Der Coltrain läuft mit Vollwurzen Oh ja, Baby So Oh, dass da nichts mehr nachkommt So Super Nachschub gibt es keiner mehr Okay Das tue ich euch nicht an Vielleicht doch Ja Jawohl Ja Ja Ha, ha Coltrain 10, Baby Hm, lass sehen Leuchtviecher 0 Ha Hab dich nie spielen sehen, Cole Du musst toll gewesen sein Bin ich immer noch, Baby Weißt du, ich Müsste nur mal wieder Tanny an Klar Könnten wir jetzt mal die Bohnen suchen Am besten ohne den kostenlosen Leuchtbonus Bonus. Ihr seid so nicht zu hart. Hier hinten ist nur eine weitere Tür. Okay, machen wir sie auf. Da ist noch was. Nichts mehr, was wir brauchen können. Ach, scheiße. Da ist ein Spendenweg. Okay, schauen wir mal, ob er sich bewegen lässt. Juhu. So. Das noch mal übersehen. Weg mit der Kiste. Dann kommen wir an den Schalter ran. So ein Gewalt und dann warst du schon. Jawohl. Wenn man ein wütendes Mädel in einen Laderoboter lässt. Jawohl. Hey, wir könnten ausnahmsweise mal Glück haben. Das Zeug könnte brauchbar sein. Sie warten schon auf uns. Das ist doch mal alles zerstören, was es gibt. Also, klicken wir eine Tür ein und schaffen das Zeug. Ja, weg raus. Jawohl. Jawohl. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaub die DIR muss muss selber aktivieren, oder? Es hat Spaß gemacht. Der ist sicher doch. Jetzt ist ein Auto wurf. Der Lieferwagen ist im Weg. Fakke. Der Lieferwagen ist im Weg. 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 Scheisse! Hebe mich auf! Ach Scheisse! Hebe mich auf! Na endlich! Ach, kann man nicht da auch eingeencasselt wie nix! Geh weg! Wird gemacht! Ok, KR 7-0, die Lieferung ist bereit! KR 7-0, Ladung gesichert! Cole, schafft deine Jungs hier raus, wir geben euch Deckung! Ihr habt's gehört! Machen wir einen Abflug, Baby! Cole, die Leuchten in überrennen Hanover! Machen wir Schluss für heute? Uns fehlt immer noch das Lagerhaus! Und natürlich das Stadion! Oh, natürlich das Stadion! Du machst keine Pilgerfahrt oder so? Hey! Ich bin nur gründlich! Hey! Ich bin nur gründlich! Wo ist das oder ich? Sieht nicht sicher aus! Na los! Wir müssen hier durch! So schnell es geht! Oh oh! Nicht gut! Definitiv nicht gut! Geht weiter! Tja, das war spaßig! Hey, hörst du das? Gucken wir mal, ob jemand Hilfe braucht! Ähm, ja! Klingt, als bräuchten Sie Unterstützung! Das war's! Das war's! Tja, das war's! Das war's!